Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Es geht um Ereignisse und ihr wisst ja, das beste Ereignis ist immer, wenn ich ein neues Tutorial hochlade. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und wie gesagt, es geht in diesem Video um Ereignisse. Was sind Ereignisse, wie bearbeitet man Ereignisse, was macht man mit Ereignissen? Die ganzen Grundlagen werden wir in diesem Video behandeln und im nächsten Video werden wir dann praktisch mit Ereignissen arbeiten. Wir werden als erstes uns angucken, wie wir überhaupt mit Ereignissen arbeiten. Dazu gehen wir in den Ereignisbearbeitungsmodus. Diesen findet ihr hier oben, direkt neben dem Kartenbearbeitungsmodus und neben diesem Stiftwerkzeug. Da klicken wir einfach drauf und dann erscheint auch ein solches Raster in der Spielwelt. Wenn dieses Raster zu sehen ist, wissen wir, wir sind im Ereignisbearbeitungsmodus und können dort Ereignisse bearbeiten. Falls ich mal zwischendurch Events sage statt Ereignisse oder im Allgemeinen englische Begriffe verwende, bitte verzeiht mir das, weil ich es vom RPG Maker XP ein bisschen gewohnt bin, englische Begriffe zu verwenden, weil dieser auf Englisch war. Gut, wir haben bereits ein Ereignis auf dieser Karte. Die Spieler-Startposition. Diese können wir zum Beispiel auch ändern, indem wir sie per Drag & Drop verschieben. Das ist die Stelle, wo der Spieler starten soll. Also wo, wenn ich das Spiel starte, der Spieler dann auftaucht. Gut, per Drag & Drop kann man alle Events verschieben, auch andere Events kann man darüber verschieben. Wenn ich rechts klicke und zum Beispiel Löschen mache, kann ich auch Events löschen oder einfach die Entferntaste drücken, wenn das Event mit diesem weißen Rahmen ausgewählt ist. Falls ich die Spieler-Startposition auf einer anderen Map haben möchte, kann ich das ja nicht per Drag & Drop einfach auf die andere Map schieben. Das geht ja so einfach nicht. Außerdem wissen wir vielleicht auch auf die Schnelle gar nicht, wo wir die Spieler- und Startposition das letzte Mal gelassen haben. Wir gehen in die Karottenfarm, innen zum Beispiel, machen Rechtsklick, Startposition festlegen und dann Spieler. Und schon haben wir die Startposition im Haus. Das ging sehr schnell. Oder wir zurück, Karottenfarm, Rechtsklick, Startposition festlegen, Spieler. Ja, fertig. Das geht natürlich bei anderen Events dann nicht so schnell, aber das werden wir jetzt gleich rausfinden. Ganz einfach, was haben wir vor? Wir wollen als allererstes erstmal so ein kleines Beispiel-Event, so wirklich ein ganz klitzekleines machen. Wir wollen, dass der Baum ansprechbar ist. Man könnte jetzt zum Beispiel auch machen, dass die Karottenkiste ansprechbar ist. Mit einer kurzen Texteinblendung, wenn man sie anspricht. Der Spieler untersucht die Karottenkiste und findet dabei eine Goldmünze. Und dann noch eine zweite Texteinblendung, eine Goldmünze erhalten. Und dann kann man dem Inventar des Spielers natürlich eine Goldmünze hinzufügen, wenn man das möchte. Gut, das alles sind Events, also Dinge, die passieren. Personen, die man anspricht, Türen, die man öffnet, Truhen, die man öffnet, Dinge, die man auf dem Boden findet, parallele Prozesse im Hintergrund, die im Hintergrund stattfinden, irgendwelche Videosequenzen, die stattfinden, alles Mögliche. Das sind alles Events. Und damit werden wir uns auf jeden Fall in den nächsten Videos beschäftigen mit Events. Und wir fangen damit heute an mit dem Grundwissen im Grunde, was Events wirklich eigentlich sind und was man damit machen kann. Wir wollen als erstes den Baum ansprechen können. Also wir gehen auf den Baum. Entweder erstellen wir ein neues Event per Doppelklick oder per Rechtsklick und dann Neu. Oder einfach die Enter-Taste drücken. Dann kommen wir in den Ereignis Editor. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen, der fühlt sich vielleicht ein bisschen erschlagen durch die ganzen Funktionen und durch die Funktionsvielfalt. Aber ich denke mal, nach diesem Video werdet ihr im Großen und Ganzen klarkommen mit dem ganzen Ereignis Editor. Gut, hier oben haben wir den Namen, da können wir zum Beispiel Baum eingeben. Ups, Salah. Falls wir das möchten, spielt keine so wichtige Rolle. Und hier haben wir die Inhalte, die Inhalte des Events. Diese werden wir jetzt auch, Entschuldigung, des Ereignisses. Diese werden wir jetzt auch bearbeiten. Wir wollen ja, dass der Baum ansprechbar ist. Also doppelklicken wir auf die freie Zeile. Dann sind wir im Fenster Ereignis Befehle. Dort haben wir drei Seiten. Wir brauchen Seite 1, Mitteilung, Textanzeigen. Drücken da drauf. Und dann haben wir hier ein Porträt. Das brauchen wir nicht. Und Text. Beim Text geben wir einfach ein, einen Baum. Punkt. Mehr brauchen wir da jetzt nicht. Das ist ja nur als Beispiel. Hier können wir uns den Hintergrund aussuchen. Fenster halbdurchsichtig müsste dim sein. Und komplettdurchsichtig müsste dann halt ein nicht sichtbares Fenster, also nur der Text sein. Aber das spielt für uns eigentlich jetzt erstmal keine Rolle. Wir machen Fenster. Fensterposition, wo sich das Fenster befinden soll. Also quasi der Text befinden soll unten. Vorschau. Dann können wir gucken, ob alles wunderschön reinpasst und auch gut aussieht. Auf Schließen. Auf OK. Und fertig. Damit haben wir quasi einen Text eingefügt. Hier steht dann nochmal im Befehl, was dieser Befehl bewirkt. Befehl Text. Keine Grafik ausgewählt. Innerhalb eines Fensters angezeigt. Und das Fenster soll sich unten befinden. Und dann steht hier der Inhalt des Textes. Ein Baum. Wenn ihr den Befehl nochmal bearbeiten wollt, könnt ihr das einfach per Leertaste machen. Wählt einfach den Befehl aus, den ihr bearbeiten wollt und drückt Leertaste. Dann kommt ihr nochmal rein. Dann könnt ihr hier noch was dazu schreiben. Oder es einfach abbrechen. Okay. Gut. Dann brauchen wir noch eine wichtige Sache. Die Priorität stellen wir auf Wie-Charakter. Aber das erkläre ich dann später alles. Wichtig ist erstmal nur, dass ihr wisst, wie man Text einfügt. Wie man den Namen des Ereignis ändert. Übernehmen. OK. Und dann probieren wir das Ganze mal aus. Änderung speichern. Immer die Änderung speichern, wenn ihr hier oben ein Testspiel startet. Immer speichern. Weil sonst wird die Änderung nicht übernommen. OK. Jetzt probieren wir mal aus, ob es funktioniert. Und es funktioniert. Ein Baum. Wunderschön. Es ist nicht ein schöner Baum. Alles klar. Gut. Ist natürlich jetzt nicht so spektakulär. Wir erstellen jetzt noch ein Ereignis hier oben hin. Und ich erkläre euch jetzt noch ein paar weitere Sachen. Wir nennen das Ereignis Frau. Erstellen eine Frau. Ein neues Bild wählen wir aus. Wir suchen eine Grafik aus bei People. Und wir nehmen die Grafik dieser Frau hier unten. Wir haben hier immer drei nebeneinander. Wie ihr es sehen könnt, falls ihr es sehen könnt, haben wir hier eine Laufbewegung. Ihr seht, dass er außen die Arme nach links und rechts schwenkt und in der Mitte einfach still steht. Also ihr wählt immer die mittleren Grafiken und dann die jeweilige Blickrichtung, die ihr wollt. Ich will, dass die Frau einfach nur steht und nach unten schaut. Also OK. Übernehmen. Wenn ich jetzt auf OK drücke, seht ihr auch innerhalb der Map, damit man das auch versteht und dann auch erkennen kann, welches Event gemeint ist. Also falls man dann später nach, keine Ahnung, zwei Jahren Spielentwicklungszeit mal zurückkommt und sieht, ah, das war die Frau. OK, alles klar, ich weiß Bescheid. Gut. Durch Doppelklick kommt man dann auch wieder rein in das Event und kann einfach wieder weiterarbeiten. Gut. Genau. Nun können wir auch wieder einen Text einfügen, Text anzeigen. Hatten wir ja alles schon, können auch ein Porträt wählen diesmal, weil das von der Frau existiert tatsächlich. Vom Baum natürlich nicht. Aber man kann auch immer schön eigene Grafiken einfügen, wie wir das machen. Werde ich dann auch in späteren Videos natürlich zeigen. Gut. Einfach nur Hallo. Ist ja nur Platzhalter. Wir können uns noch die Vorschau angucken. Dann sieht man hier das Bild, den Text daneben. OK. Übernehmen. Und fertig. Gut. Dann haben wir hier noch weitere Befehle und Felder, die wir jetzt näher betrachten. Das wird alles ein bisschen dauern. Ich hoffe, ich langweile euch nicht zu sehr. Aber ja, ich habe eigentlich nicht wirklich eine große Wahl. Ich muss das tun. Ich muss euch das erklären. Weil ihr das ja lernen wollt. OK. Neue Ereignisseite. Was sind überhaupt Ereignisseiten? Ereignisseiten, das erkläre ich dann auf jeden Fall in diesem Video noch ein bisschen und im nächsten Video noch mal ein bisschen genauer. Vor allem im nächsten Video, weil da werden wir das intensiv brauchen. Mit Ereignisseiten kann man quasi darstellen, falls sich in der Spielwelt etwas ändert. Falls die Frau zum Beispiel nicht mehr da sein soll an der Stelle. Falls irgendwas passiert sein soll oder ähnliches. Es ist immer die höchste Ereignisseite, in dem Fall die zweite oder in dem Fall die dritte, vierte, fünfte, sechste und so weiter, ist aktiviert. Und das, sobald alle Bedingungen erfüllt sind. Das hier sind die Bedingungen. Hier steht es dann nochmal. Legt Bedingungen fest, unter welchen das Ereignis auf der Karte erscheint. Wenn keine Bedingungen festgelegt werden, erscheint das Ereignis bedingungslos. Eine höhere nummerierte Seite hat eine höhere Priorität. In dem Fall Seite 2 hat eine höhere Priorität und wird angezeigt. Das kann ich auch nochmal demonstrieren. Ich mache jetzt hier Evil und dann den Typen. Und es wird, wenn ich das Spiel jetzt starte, nicht die Frau angezeigt, sondern dieser Herr wird angezeigt. Das kann ich alles nochmal demonstrieren. Ich kann nicht alles demonstrieren, weil sonst würde sich das Tutorium ein bisschen zu sehr in die Länge ziehen. Ich versuche es in 40 Minuten abzuwiegeln, aber es kann auch alles ein bisschen knapp werden. So, und wie ihr seht, ist jetzt hier der Mann, die Eventpage 2, Entschuldigung, Ereignis Seite 2 und nicht die alte Frau. Wenn ich jetzt hier eine Bedingung reinmache, zum Beispiel Schalter 0001 aktiviert, der ja nirgends innerhalb des Spiels aktiviert wird. Und dazu kommen wir, wie gesagt, im zweiten Video dann, oder im dritten Video, Entschuldigung, das erste Video war das Mapping-Video. Also dazu kommen wir auf jeden Fall im nächsten Video zu den Bedingungen. Dann sieht man hier die Frau und sie sagt, Hallo. Alles klar. Gut. Ja, dann können wir die Ereignis Seite löschen. Wir können auch Ereignis Seiten kopieren und einfügen. Da haben wir zweimal die gleiche. Falls wir nur minimale Änderungen vornehmen wollen. Und man kann Ereignis Seiten auch leeren. Dann wird alles wieder auf Ursprung gestellt. Gut. Wir brauchen aber nur eine Ereignis Seite. Und machen weiter. Gut. Damit haben wir Bedingungen und Ereignis Seiten geklärt. Das Bild haben wir auch schon bereits geklärt. Hier kann man natürlich auch eigene Grafiken verwenden, wenn man das möchte. Wie gesagt, das geht dann hier drüber, über den Ressource Manager. Aber dazu gehen wir dann in einem anderen Video näher ein. Darauf gehen wir definitiv jetzt nicht ein, weil das würde alles viel zu lange dauern. Aber ihr könnt ja erstmal nur mit den vorgegebenen Grafiken arbeiten. Das reicht ja erstmal. Gut. Dann haben wir hier autonome Bewegungen. Da können wir einstellen, dass sich das Event selbstständig bewegen soll. Das ist natürlich praktisch, um eine Spielwelt etwas lebendiger wirken zu lassen und nicht alle Menschen wie festgenagelt dort stehen lassen. Ganz einfach. Dafür gibt es verschiedene Bewegungstypen. Einmal fest, dann bewegt sich die Figur nicht. Dann gibt es einmal zufällig. Dabei bewegt sich die Figur in eine zufällige Richtung. Annähern. Da bewegt sich die Figur immer in Richtung Spieler. Und wenn die Bewegung blockiert ist, bewegt sie sich wieder zufällig ein bisschen, um vielleicht eine andere Route zu finden. Irgendwie zum Spieler doch noch zu kommen. Genau. Bis das Ereignis den Spieler berührt hat. Bei Benutzer definiert wird eine eigene Bewegungsroute festgelegt. Das werden wir dann auch demnächst behandeln. Also noch innerhalb dieses Videos. Tempo. Dabei wird die Bewegungsgeschwindigkeit eingestellt. Normal ist halt die normale Bewegungsgeschwindigkeit. Zweimal langsamer ist halt halb so schnell wie der Spieler. Zweimal schneller ist zweimal schneller als der Spieler. Viermal schneller ist viermal schneller als der Spieler. Und so weiter und so fort. Normal ist die Geschwindigkeit des Spielers. Standard eingestellt ist immer zweimal langsamer. Die Häufigkeit. Das ist die Schrittfrequenz quasi. Stellt euch das Ganze folgendermaßen vor. Bei normal. Oder sagen wir, wir fangen bei Höchste an. Bei Höchste kommt ein Schritt nach dem anderen. Ohne Pause dazwischen. Also quasi Schritt, 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 Schritt. Und nur durch die Geschwindigkeit, also durch das Lauftempo, wird die Geschwindigkeit der Figur reduziert. Und bei Höher ist es in etwa so. Warten, Schritt, warten, Schritt. Also im Grunde nur jeder zweite, also jedes zweite wird dann einen Schritt durchgeführt. Und bei normal ist es warten, warten, Schritt, warten, warten, Schritt. Das kann ich nachher auch nochmal demonstrieren. Okay, damit habt ihr das glaube ich verstanden. Wir stellen hier auf Höchste und hier lassen wir auf langsam. Und erstellen mal eine autonome Bewegungsroute, eine Benutzerdefinierte. Wir wollen, dass die Frau um den Baum herumläuft. Dazu muss sie zwei Felder nach unten, zwei nach rechts, zwei nach oben und dann wieder zwei nach links laufen. Gut, wir erstellen die Route. Wir sind jetzt in dem Fenster Bewegungsroute. Dort sind sehr viele Befehle, auf die werden wir jetzt nicht alle eingehen. Das würde alles viel zu lange dauern. Wir gehen nur auf die ein, die wir brauchen. Wir machen eine Bewegung nach unten, zwei Schritte. Dann eine Bewegung nach rechts, zwei Schritte. Dann eine Bewegung nach oben, zwei Schritte. Und dann eine Bewegung nach links, zurück auf die Ausgangsposition, zwei Schritte. Und jetzt sind wir eine Runde um den Baum gelaufen. Wir wiederholen diese Bewegung. Das bedeutet, dass wenn der letzte Schritt, also der letzte nach links, getan ist, fängt sie wieder oben an und bewegt sich wieder nach unten, nach rechts, nach oben, nach links. Und dann wieder von vorne. Und das dreht sich dann endlos im Kreis. Und sie dreht sich dann auch quasi endlos im Kreis um den Baum herum. Weiter, wenn Bewegung unmöglich. Das bedeutet, wenn eine Bewegung unmöglich ist, zum Beispiel zeige ich, wenn der Spieler hier im Weg steht, warum auch immer, dann kann die Figur nicht nach unten laufen. Das bedeutet, dass wenn hier eingestellt ist, weiter, wenn Bewegung unmöglich, werden die zwei Schritte nach unten übersprungen. Und dann fängt sie an, nach rechts, nach oben und nach links sich zu bewegen. Das kann aber unter Umständen und vor allem in diesem Fall zu Fehlern führen. Weil wenn sie jetzt anfängt, statt zwei Felder nach unten zu gehen, direkt dann diese zwei Felder nach rechts geht, wird sie dann hier hingehen. Anschließend will sie ja nach oben gehen, weil von hier aus würde sie nach oben gehen, wird sie dann hier hingehen und dann steht sie plötzlich irgendwo, wo sie gar nicht stehen soll. Dann wird sie wieder nach links gehen, dann wird sie die Hauswand sie blockieren, also wird sie dann wieder nach unten gehen und steht plötzlich hier. Wie ihr merkt, die Frau würde dann unkontrolliert sich bewegen und das wollen wir nicht. Ich hoffe, ihr habt das grob verstanden, wenn nicht, könnt ihr es gerne mal ausprobieren. Einfach hier den Haken setzen und es mal ausprobieren. Okay. Dann drücken wir auf Okay und haben unsere Bewegungsroute fertig eingestellt. Tempo auf langsam, also langsam mehr und Häufigkeit auf höchste Stufe. Okay. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir gehen mal aus dem Weg. Und dann müsste die Frau jetzt, wenn ich alles richtig gemacht habe, das ist ja die Grundvoraussetzung immer, eine Runde um den Baum laufen und dann das Ganze wiederholen und noch eine Runde um den Baum laufen und das unendlich lange. Und es funktioniert, wie ihr seht. Wunderschön. Gut. Jetzt kann ich euch das Ganze nochmal mit der Häufigkeit zeigen. Wir werden die Häufigkeit runter auf Normal setzen und jetzt wird sie nicht immer durchgehend laufen, sondern immer mal wieder aufhören zu laufen, also einzelne Schritte machen. Und das Ganze sieht dann so aus. Wie ihr seht, macht sie dann immer nach jedem Schritt kurz Pause und geht dann erst weiter. Falls ihr das wollt, könnt ihr das so einstellen. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, auch die Häufigkeit auf höher oder auf noch niedriger stellen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Gut. Damit haben wir autonome Bewegung auch abgeschlossen und befassen wir uns jetzt mit den Optikern. Optionen. Option. Da haben wir Gehen, Treten, fixierte Richtung und Durchgang. Gehen bedeutet, dass eine G-Animation kommt, wenn die Figur sich bewegt. Das sieht man bei der Frau jetzt nicht ganz so deutlich. Deswegen ändere ich mal kurz zu dem Mann hier zum Beispiel. Ja, bei dem sieht man das etwas deutlicher. Ich zeige euch das Ganze nochmal. Dann sieht man eine Bewegungsanimation. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Vor allem seitwärts müsste man es gut sehen können eigentlich. Denke ich mal. Ja gut, jetzt habe ich die Frequenz nicht richtig eingestellt. Aber ihr seht, definitiv eine Bewegung. Und ich erhöhe mal gleich die Frequenz. Auf Höchste. Gut. Und wenn ich das jetzt ausschalte, wird er keine Laufanimationen haben. Dann wird das vielleicht ein bisschen aussehen wie Schweben oder Schieben etc. Das Ganze ist jetzt für Menschen natürlich... Ja, ihr seht, das sieht sehr merkwürdig aus. Als würde er auf dem Laufband stehen. So sieht es eher aus. Das ist, wie gesagt, für Menschen eher untypisch und sieht auch nicht schön aus. Deswegen ist das auch standardmäßig hier der Haken. Gut. Ganz einfach. Wofür ist das gut zum Beispiel? Zum Beispiel, falls ihr was verschieben wollt, falls ihr eine Säule verschieben wollt oder falls ihr Pfeile wollt, die durch den Raum fliegen, dann brauchen die ja keine Geanimationen. Als Beispiele. Dann haben wir Treten. Das bedeutet, da muss ich mal kurz auf Feststellen den Typ, den Bewegungstyp. Das bedeutet, dass er auf der Stelle gehen wird. Also auf der Stelle, auf der er sich befindet, wird er jetzt anfangen, seine Animationen abzuspielen. In dem Fall eine Laufanimation. Aber es kann sich dabei auch um andere Animationen handeln. Wie ihr seht, er läuft jetzt auf der Stelle. Das ist natürlich jetzt nicht so praktisch. Aber stellt euch mal Folgendes vor. Er steht hier neben dem Baum und guckt jetzt zum Beispiel nach rechts zum Baum und fängt jetzt an, dort Holz zu hacken. Ja, es ist quasi eine Animation zu sehen. Hier durch Treten. Die dann nicht dieser Laufanimation entspricht, sondern einer Holzfälleranimation. Oder er steht hier am Wasser und wäscht Wäsche. Oder irgendeine Animation. Oder er steht hier bei den Karotten und gießt die Karotten. Irgendwie eine Animation, damit es ein bisschen lebendiger aussieht. Damit er nicht still steht. Ich hoffe, das Ganze ist soweit verstanden. Dann fixierte Richtung. Das bedeutet, damit der Charakter, wenn man ihn anspricht, sich nicht in Richtung Spieler dreht. Das kann ich auch nochmal demonstrieren. Eigentlich ist das nicht so wichtig. Ähm, ja, wofür ist das da? Wie gesagt, für normale Figuren ist das jetzt eigentlich nicht so wichtig. Dann dreht er quasi sich nicht zu euch um. Das ist nicht so schön. Aber wofür ist es gut? Gut ist es zum Beispiel für Schilder oder Briefkästen oder Schatztruhen. Irgendwas, was ich nicht in Richtung Spieler drehen soll. Das wäre ja nicht so schön, wenn die Objekte sich drehen, weil meistens auch nicht wirklich eine andere Blickrichtung dann dort zu sehen ist. Das werde ich euch vielleicht nochmal später nochmal genauer erläutern. Darum ist auch der Haken nicht aktiv, standardmäßig. Auch nicht aktiv ist der Haken bei Durchgang. Das bedeutet, dass ich durch das Event hindurchlaufen kann. Ähm, ja, das, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Gut, damit haben wir das auch geklärt. Damit kommen wir zu Priorität. Die Priorität, ähm, das besagt quasi, wo das Objekt gezeichnet werden soll und ob ich gegenlaufen kann oder ob ich drüber beziehungsweise drunter hinweglaufe. Wenn jetzt zum Beispiel die alte Frau unter anderem unter den Charakter gezeichnet werden soll, dann kann ich einfach drüber hinweglaufen über diese Frau. Das ist natürlich nicht gewollt und dementsprechend ist das auch so gemacht, dass sich das automatisch richtig einstellt, mehr oder weniger richtig. So, wie ihr seht, kann ich jetzt einfach drüber laufen. Aber wie gesagt, das möchte ich natürlich nicht und ich möchte auch nicht, dass ich drunter laufen kann. Drunter laufen wäre jetzt zum Beispiel praktisch für Vögel, die per Zufallsbewegung oder per, ähm, vorgesehener Route einfach, ja, genau. Und dann seht ihr, die Frau wird immer über mir gezeichnet. Das könntet ihr machen, zum Beispiel, dass hier ein Vogel langfliegt, vielleicht seine feste Flugroute hat, immer im Kreis fliegt oder einfach per Zufallsrichtung rumfliegt und dass er dann natürlich immer über mir gezeichnet wird. Ähm, unter mir gezeichnet könnte man zum Beispiel machen, ähm, also Untercharakteren, dass zum Beispiel Bodenschalter, die man, ähm, hat oder irgendwelche anderen Bodentexturen, also irgendwelche, ähm, Sträucher, Büsche, die man ansprechen möchte. Irgendwas fällt euch da bestimmt ein. Ein Bodenschalter könnte man, wie gesagt, zum Beispiel machen. Zum Beispiel ein Bodenschalter, den man berührt und dann löst man eine Falle aus. Ähm, zum Beispiel sowas. Gut, V-Charakter, ähm, bedeutet dann auf derselben Höhe wie der Charakter und dann kann ich gegenlaufen. Ich glaube, ihr versteht das. Ganze und wenn nicht, probiert einfach ein bisschen rum. Gut, wenn ich hier, ähm, eine Grafik auswähle, jetzt ist zum Beispiel keine Grafik ausgewählt, dann ist Priorität unter Charakter, also unter Charakteren und wenn ich eine Grafik auswähle, zum Beispiel People 1 und wieder die alte Frau, wird wie Charaktere schon voreingestellt. Also es ändert sich automatisch, wenn ich das Bild ändere. Das ist halt ziemlich praktisch und dementsprechend braucht man da auch eigentlich nicht so sehr drauf achten. Auslöser ist jetzt das letzte Feld. Da haben wir Aktionstaste, also wenn ich möchte, dass die Inhalte ausgeführt werden, wenn ich eine Aktionstaste drücke, also wenn ich zu der Frau hinlaufe drücke und dann Enter drücke. Die Inhalte werden quasi immer abgespielt, wenn der Auslöser aktiv ist. Bei Spielerberührung und Ereignisberührung ist fast dasselbe. Also wenn der Spieler das Event berührt oder berühren soll, nehmen wir Spielerberührung und wenn das Ereignis den Spieler berühren soll, dann nehmen wir Ereignisberührung. Zum Beispiel Ereignisberührung wäre zum Beispiel, wenn wir hier auf der Karte jetzt Gegner herumlaufen haben, jetzt Monster oder Evil oder so jetzt zum Beispiel hier dieses Monster, wenn das auf der Karte herumkriechen soll oder die Fledermaus herumflattern soll und bei Spielerberührung der Kampf ausgelöst wird, dann nehmen wir zum Beispiel Ereignisberührung und hier bei Typ annähern, dass das Monster sich immer in Richtung Spieler bewegt. Gut. Genau, und Spielerberührung ist genau das Gegenteil, quasi wenn der Spieler das Event berührt, also das Ereignis. Autoran und Parallel ist auch fast dasselbe mit kleinen Änderungen. Bei Autoran und Parallel werden die Inhalte immer automatisch sofort abgespielt, sobald man die Map berührt, äh Quatsch, betritt. Ähm, sobald man die Karte betritt und alle Bedingungen natürlich erfüllt sind. Das ist immer Grundvoraussetzung für alles. Ähm, und dann werden diese Inhalte immer in Endlosschleife abgespielt. Immer und immer wieder von vorne. Und immer wieder von vorne. Ich hoffe, ihr versteht das Ganze und dementsprechend müsste man dann dafür sorgen, dass das dann nicht passiert, dass das nicht nochmal von vorne abgespielt wird. Da gehen wir aber natürlich dann auch in späteren Videos näher ein. Autoran wäre für Zwischensequenzen zum Beispiel gut, weil dabei die Bewegungseingaben des Spielers blockiert werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel will, dass der Spieler, wenn er an eine bestimmte Position des Spiels kommt, ähm, dann oder halt die Karte betritt und dann kommt jemand rein und spricht ihn an, dann würde ich das Ganze auf Autoran setzen. Das ist halt sehr wichtig. Also wenn ich die Karte betrete und jemand kommt auf mich zugelaufen und redet mit mir oder ich laufe, äh, rum per Befehle, das wird man dann, äh, werden wir dann alles später machen, noch gemeinsam, würden wir das Ganze über Autoran machen. Und parallele Prozesse sind irgendwelche Hintergrundprozesse, die einfach so passieren, wo dann, ähm, einfach irgendwelche Ereignisse passieren, wie zum Beispiel, dass die Zeit vergeht, also zum Beispiel könnte man ein Tag-Nacht-System machen oder irgendwelche anderen automatisch ablaufenden parallelen Systeme im Hintergrund, von denen der Spieler zwar sieht, dass sie passieren, aber nicht wirklich, ähm, was wirklich mitbekommt. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Okay, gut, damit haben wir das Fenster eigentlich soweit erklärt. Übernehmen, okay, und werden jetzt unser erstes richtiges Event erstellen, Entschuldigung, Ereignis. Ähm, wir wollen eine Tür erstellen, das ist eigentlich im RPG Maker MV total einfach. Wir wählen die Stelle, wo das Ereignis sein soll, in dem Fall die Stelle, wo die Tür sein soll, also da, wo ich das Loch für die Tür gelassen habe, rechts klicken und gehen nicht auf Neu oder Doppel klicken nicht, sondern gehen einfach auf Schnelle Ereigniserstellung auf Tür oder Steuerung 2 und dann sieht das Ganze so aus. Dann kommen wir in diesem Menü raus, können bei Bild jetzt eine Grafik auswählen, standardmäßig ist die hier ausgewählt, aber wir können auch die oder die oder die nehmen. Wir können uns eine aussuchen, wir nehmen jetzt einfach die und hier steht Standort. Das ist etwas verwirrend, ähm, vielleicht bezeichnet, damit ist der Zielort gemeint. Wenn ich draufklicke, steht hier auch Speicherort. Das ist alles ein bisschen verwirrend, vielleicht ein bisschen, für den einen oder anderen. Nicht irritieren lassen, es ist der Zielort, wo ihr hin teleportiert werden wollt. Also drückt dann auf Karottenfarben in, klickt hier drauf, auf die Stelle, wo der Spieler hin teleportiert werden soll, also wo er dann am Ende rauskommen soll, wenn er durch die Tür geht. Drückt auf OK, nochmal auf OK und das Ereignis ist fertig. Wir können uns das Ganze nochmal angucken, einfach Doppelklick und dann sieht das Ganze so aus. Es ist eigentlich im Grunde komplett fertig. Wir können den Namen noch ändern, zu Tür, wenn wir das möchten, spielt aber nicht so wirklich eine Rolle. Wir können noch den Auslöser von Spielerberührung auf Aktionstaste ändern. Ich mag es mehr, wenn man die Türen ansprechen muss, mit der Enter-Taste. Aber das ist Geschmackssache. Und hier haben wir jetzt Befehle. Was sind das alles für Befehle? Die werden wir uns jetzt noch in diesem Video angucken. Wir haben hier den Befehl Soundeffekt abspielen, also SE heißt Soundeffekt, open. Also hier wird ein Öffnungssound abgespielt für die Tür. Mit Leertaste können wir auch Befehle wieder bearbeiten und könnten hier auch andere Öffnungssounds wählen oder komplett andere Sounds oder wir können auch eigene Sounds aufnehmen und aussuchen. Also da ist eure Kreativität eigentlich keine Grenze gesetzt, nicht wirklich. Hier könnt ihr noch die Lautstärke auswählen, die Tonhöhe und bei Ausrichtung könnt ihr auswählen, ob es mehr auf dem linken oder dem rechten Lautsprecher eures Stereo Ausgangs abgespielt werden soll. Gut. Damit ist das Fenster auch soweit erklärt. Dann haben wir hier eine Bewegungsroute. Das haben wir ja bereits bei der Frau gemacht, die um den Baum läuft. Hier ist aber nach links drehen, nach rechts drehen und nach oben drehen und dann Durchgang ein und zwischendurch nochmal zweimal drei Frames warten. Was bedeutet das Ganze? Das Ganze bedeutet folgendes. Das ist ein bisschen komplizierter, aber ihr seid pfiffig, ihr bekommt das hin. Ihr versteht, was da passiert. Also wenn wir hier auf das Bild gehen, auf die Tür, haben wir hier eine Öffnungsanimation. Von oben nach unten geht die Tür immer weiter auf. Wenn ich mir jetzt eine Person angucke, wie zum Beispiel den Jungen hier, seht ihr, wenn er sich nach links dreht, wird die Grafik eins weiter unten gewählt. Wenn er sich nach rechts dreht, noch eins weiter unten. Wenn er sich nach oben dreht, wird sie ganz unten ausgewählt. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Tür. Links, rechts, oben. Und jetzt gucken wir mal auf die Befehle. Nach links drehen, nach rechts drehen, nach oben drehen. Ich hoffe, das Ganze ist verstanden. Also wenn die Tür sich nach links dreht, nach rechts dreht und dann nach oben dreht, öffnet sie sich quasi. Und wir warten zwischendurch immer mal wieder drei Frames, damit der Spieler überhaupt sieht, dass da was passiert. Weil wenn das zu schnell passieren würde, wenn wir die Wartezeiten dazwischen nicht haben würden, dann würde der Spieler gar nicht sehen, dass da überhaupt was passiert ist. Dann wäre die Tür einfach plopp offen. Also ihr müsst da immer Wartezeiten reinfügen, beziehungsweise ihr müsst das nicht machen, das ist natürlich schon vorgegeben. So, Durchgang 1. Also Durchgang 1 bedeutet im Grunde, dass hier einfach der Haken gesetzt wird. Okay? Mehr ist es nicht. Warum ist jetzt hier kein Bild ausgewählt? Ach ja, genau. So, dass hier einfach kein Haken gesetzt ist. Mehr bedeutet, ich meine, der Haken gesetzt wird. Mehr bedeutet es einfach nicht, dass der Spieler quasi in die Tür reinlaufen kann. Und genau das passiert dann auch im nächsten Befehl. Der Spieler macht dann einen Schritt vorwärts. Hier oben ist wichtig, ist der Spieler ausgewählt. Und hier ist wichtig, ist dieses Ereignis ausgewählt. Also dieses Ereignis. Dass dieses Ereignis, also in dem Fall die Tür, die Bewegung macht. Man könnte auch dann hier auf Tür stellen, aber dieses Ereignis macht diese Bewegung. Also wir können auch quasi dieses Ereignis dazu bringen, andere Ereignisse zu steuern. Zum Beispiel den Spieler können wir steuern. Der macht dann einen Schritt nach vorne. Das werdet ihr dann gleich sehen. Dann wird ein Soundeffekt abgespielt. Wieder mal eine Bewegung, aber diesmal. Bewegung 1, beziehungsweise Move 1. Und anschließend wird der Spieler übertragen, also auf eine andere Karte teleportiert. Okay. Übernehmen. Okay. Ich denke, es sollte verstanden sein. Dann wird der Spieler hierhin teleportiert. Aber wir wollen jetzt auch wieder rauskommen. Also machen wir dasselbe nochmal an die freie Stelle. Entweder doppelklicken und wir erstellen uns das Ganze selber. Also wir gehen dann hier auf Ereignisbefehle, auf die Seite 2, Spieler übertragen. Und hier hätten wir unten Soundeffekt abspielen. Natürlich müssten wir mit den Soundeffekts anfangen. Ansonsten könnte es vielleicht zu kleinen Problemen kommen, dass die Soundeffekts vielleicht nicht abgespielt werden. Wie gesagt, also erst Soundeffekts abspielen und dann Spieler übertragen. Oder wir machen uns wieder ganz einfach Rechtsklick, schnelle Ereigniserstellung und dann einfach Übertragung. Genau. Wir wählen wieder die Position aus, wo der Charakter rauskommen soll. Vor der Tür natürlich. Drücken auf OK und fertig ist das Ereignis. Tada. Wir könnten noch jetzt hier ein Soundeffekt noch einfügen für die Türöffnung. Soundeffekt abspielen. Das ist, glaube ich, alphabetisch sortiert. Oh. Wo haben wir es? Jetzt müsste ich eigentlich vorbei sein. Genau. Open 1 übernehmen. Dann wird Soundeffekt abgespielt Open 1, Soundeffekt abgespielt Move 1 und dann wird der Charakter wieder auf die Karottenfarm nach draußen teleportiert. Und das Ganze bei Spielerberührung, das lassen wir. Wir können es auch wieder auf Aktionstaste machen, wie ihr möchtet. Und sind wieder draußen. Das können wir natürlich noch probieren. Änderung speichern. Wie gesagt, immer schön speichern, wenn ihr Testspielen macht. Und dann probieren wir das Ganze mal aus. Neues Spiel. Und es funktioniert. Wie ihr seht, der Spieler kommt raus und wieder rein. Oder rein und wieder raus. Und macht automatisch auch den Schritt in die Tür hinein. Und zack. Und dann wird natürlich ein Soundeffekt abgespielt. Ich habe das jetzt auf Stumm geschalten, weil ihr wollt ja meine hübsche Stümmchen hören und nicht die ganze Musik und die Soundeffekts. Und wenn ihr das dann zu Hause bei euch ausprobiert, also da, wo ihr hoffentlich gerade seid, falls ihr das nicht unterwegs guckt, ihr seid hoffentlich am PC und könnt es direkt ausprobieren, dann könnt ihr es natürlich auch ausprobieren und dann werdet ihr auch die Soundeffekts hören. Gut. Dann könnte man natürlich auch noch eine zweite Etage einfügen und einen Teleporter hier auf die Treppe setzen und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr habt das Ganze verstanden. Das war mein Video zu den Ereignissen. Ich denke mal, ich habe eigentlich das ganze Fenster soweit erklärt. Im nächsten Video werden wir uns um die Bedingungen und um die Ereignisseiten kümmern, das nochmal näher erläutern und unsere erste Mission erstellen, weil das ist ja das Wichtigste in einem Spiel, dass der Spieler Missionen bekommt, kleine Quests, die er erfüllen soll und dann natürlich dann auch im Spiel immer weiter fortschreitet. Eine kleine Geschichte erzählt wird quasi. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommentiert, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder wenn es euch einfach gefallen hat. Dann könnt ihr natürlich auch liken, müsst ihr aber nicht. Ist natürlich alles freiwillig. Ja und ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt mit meinem Video. Ihr könnt mir auch auf Twitter oder Facebook oder was weiß der Geier folgen. Discord habe ich mittlerweile auch einen Server erstellt. Ich werde alles in der Videobeschreibung verlinken, soweit wie geht. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, das Video ist nicht zu lang geworden. Bis zum nächsten Mal und reingehauen. Falls noch Fragen sind, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr irgendwas in die Kommentare schreibt. Ich werde es auf jeden Fall durchlesen. Also viel Spaß bis zum nächsten Mal. Tschüsseli.